Wir befinden uns hier in Nürtingen, Stadtteil Rostorf. Hier kam es zu einer Notbremsung von einem Linienbus. Infolgedessen sind von den 56 Insassen 20 leicht verletzt worden. Es handelte sich überwiegend um Kinder. Der Rettungsdienst war aufgrund der Meldung Unfall mit Bus mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir haben dann die Kinder gesichtet und ärztlich untersucht. Es mussten infolgedessen vier zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Im Einsatz waren insgesamt fünf Rettungswägen. Es war eine Schnelldienstgruppe vor Ort, sowie der leitende Notarzt und ich als Einsatzleiter.